Ach Gott Sehr gut meine Freunde und ein herzliches Hallo zu meiner weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate Ich glaube das ist jetzt sogar Folge 20 mittlerweile, was schon relativ krass ist So, wir müssen ja immer noch eine Kiste suchen und ja, ich weiß, die Parts sind relativ kurz In letzter Zeit wird sich auch so beibehalten, einfach weil, weil Baum, ne Ne, das Problem ist halt, ähm, sonst gibt es wieder solche Fails, dass es dann plötzlich eine Folge nicht aufnimmt oder sowas Und dem kann ich eben so vorbeugen, dafür sind es jetzt kürzere Parts Wir werden dafür irgendwie so 100 oder 120 Parts oder so brauchen, bis das Spiel durch ist Ist aber kein Problem für mich, weil ich muss ja sowieso gerade ein bisschen vorproduzieren Dann kommt mir das gerade so ein bisschen entgegen Ähm, und vielleicht fragt ihr euch so, ja, Greedy, selber musst du vorproduzieren Schwachkopf, vorproduzieren ist voll scheiße Aber ich muss vorproduzieren, weil wenn ich dann in der Ausbildung bin Genau solche Spiele wie Assassin's Creed, ähm, Syndicate oder generell Assassin's Creed, äh, The Last of Us oder sowas Kann man eigentlich ganz gut vorproduzieren, die eignen sich dafür auch ganz gut So, dass ich danach nur noch Minecraft-Videos sozusagen machen muss Oder, äh, nur so zwischendurch so ein Game durchspielen kann Dass dann, wenn ich mal einen freien Tag habe, ich dann einfach mal den ganzen Tag Zeit nehme, um so ein Spiel zu zocken Dann schaffe ich es vielleicht sogar an einem Tag mal durch Keine Ahnung Jetzt wäre es aber gut, wenn ich mal die letzte Kiste finde Ich rekrutiere die, glaube ich mal Okay Ähm Ne, die helfen mir nix Glaube ich Die werden fürs Kämpfen nicht schlecht So Okay, das ist auch gut zu wissen, ähm, wie man das macht Aber eine Sache frage ich mich jetzt wirklich Wo ist die letzte verfickte Kiste? Ist sie gar nicht hier? Ich habe auch mit dem Adlerauge schon fast alles abgesucht Können mir nicht mal vorstellen, wo die, das jetzt noch sein soll Okay, das verstehe ich jetzt echt nicht Beim besten Willen nicht Hm Die Kabel aus den Kisten plündern So viel ist mir ja bewusst Aber wo die sind Ist eine ganz andere Frage Junge, das kann mir jetzt echt niemand erzählen, dass hier keine Kisten mehr sind Doch, ich sehe sie Oder? Ne, das ist so ein Heuberhaufen Mann Die Temse Bin immer noch im Gebiet drin Es kann irgendwo hier unten auch sein Die Kiste da habe ich schon gelootet Man Jetzt ernsthaft Wo ist die letzte Truhe? Wo die Kabel drin sind Also damit meine ich jetzt nicht die, ähm, Dings drohen Die Die kleinen, dünnen Drohnen Sondern wirklich die Großen Wo Dings drin sind Aber auch nicht alle Das ist halt das Problem Es zählen nicht alle dazu Irgendwie Ich weiß nicht, wo das sein kann Mann Das ist scheiße grad Was ich ansonsten noch machen könnte So als Alternative, dass ich versuche, einen anderen, so einen Nebenauftrag zu machen Ähm Und dann irgendwie Da versuche, so einen Fertigkeitspunkt zu kriegen Dass ich dann das andere holen kann Wo ich nachher durch, äh, Wände Gucken kann Das wäre ultra nice Halt die Fresse Du kriegst nämlich gleich mein Messer Ins Face Also ab hier können die Scheißkisten sein Ich wette, es ist einfach die einfachste Kiste Von allen drei Ich geh jetzt einfach mal so hoch Zack Mann Ohne Scheiß Das kann doch wohl nicht wahr sein Hä, von euch hier oben her Müsste ich aber schon sehen Ob das irgendwo hier ist Ist es aber nicht Das sehe ich doch was Da ist was Was war denn das? Helix Glitch Alles klar Mann, aber jetzt ernsthaft Wo ist die letzte Kiste? Also, alle Medi Findest du echt nicht mehr lustig Das ist schon die zweite Folge Wo ich hier mit dem Scheiß verplempere Und ich finde den Scheiß einfach nicht Hä, das kann doch wohl nicht wahr sein Ne, das kann nicht mehr wahr sein Hä, packt das gerade rum hier oder was? Irgendwo hier muss der Scheiß sein Hier ist einfach nirgendwo was Mann ist das bescheuert Ohne Witz Ins Haus rein komm ich ja eh nicht Das kann doch wohl nicht wahr sein Ey, ohne Witz Nach dieser Folge Gehe ich gucken, wo der Jetzt zeigt's mir was an Vorhin hat's mir nix angezeigt Die ganze Zeit Ich hab's auf Aufnahme Hä, die war Vorhin war die noch nicht da Die war vorhin noch nicht da Oder bin ich blöd? Ich glaub ich verstehe die Welt nicht mehr Ach Gott Ich danke euch Denen nach Ich weiß wie ich zu ihnen komme Und zwar hier rüber Alter, Junge Geh doch rein Oh Jetzt hoch Ey, ist er bescheuert? Kann er nicht Ja, jetzt geht's So Auch ne coole Mission, glaub ich Okay, komm, die hole ich wieder auf Kennen doch nix Nur noch knapp 55 Meter 50 Meter nur noch Komm schon, komm schon 40 Meter Haha Junge Da fällt er noch rein Wie cool ist das? Haha, ich hab wieder Boah, find ich ultra geil Boah, find ich ultra geil Oh, jetzt kommen die Rooks Okay Scheint so, als ob wir jetzt das letzte noch plündern können Ups Hier Plündern Hallo Plündern Plündern Ah, jetzt Gift Wer wird wissen, welches es ist Zu Bels Werkstatt zurückkehren Und zwar schnell Bin infiziert worden Mit nem Gift Okay Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie nur ne gewisse Zeit habe Aber vermutlich Hab ich schon längere Zeit So Jetzt mal hier hoch Zack Ich will jetzt die Kutsche nicht empführen Ähm, doch Mach ich jetzt trotzdem bei dieser Aber Hallo Das wäre der Timer, meine Freunde Und in diesem Sinne Würde ich auch mal sagen Dass ich noch zu Äh, gerne zum Dings zurückkehren würde Junge, ich will die Kutsche empführen Warum geht das nicht? Und vor allem, warum schleiche ich gerade? So Wo ist der coole Kutsche? Wo man hinten drauf sitzt Viel einfacher zu steuern So Lolololo Boah, das ist voll easy zu steuern So Ja Leute Wir gehen da rein In der nächsten Folge Also bis dahin würde ich sagen Haut rein Wir sehen uns dann wieder Bis dahin Und Ciao